Angenommen, wir sind ein Unternehmen in der Nähe von München und wir möchten jetzt Ware liefern. Und zwar möchten wir diese Ware nach England liefern, und zwar nach Liverpool. Und wir möchten diese Ware liefern mit einer Inkoterm-Klausel. In unserem Beispiel nehmen wir die Inkoterm-Klausel ZIF London. Und wir verschicken jetzt als Beispiel Waren im Wert von 100.000 Euro, also irgendwelche Fahrräder. Jetzt die Frage, wie viel zahlen wir dafür? Und zwar muss man jetzt wissen, dass ZIF, eine sogenannte Inkotermis, also eine internationale Handelsklausel, die regelt zum Ersten, und das kann ich hier sehen, das ist diese Cost Insurance Rate, also Kosten, Versicherung, Fach, die erstmal regelt, wer was zu zahlen hat. Und zwar sehe ich hier, dass ich bis zum Zielhafen hier, ich als Verkäufer zahlen muss, das ist der orangenen Balken. Und ab hier, das ist der grüne Balken, der Käufer den Transport zu zahlen hat. Und sie regelt auch hier den Gefahrenübergang, das ist das Ausrufezeichen. Und jetzt kann ich das ganz konkret ausrechnen an unserem Beispiel. Und zwar haben wir ja gesagt, wir sind aus München. Das heißt, wir gehen ganz links, wir sind ganz links in der Lieferkette, wir starten in München. Die Ware wird transportiert mit dem Zug erstmal nach Hamburg. Dort wird sie dann verschifft, das ist unser Verschiffungshafen, bis sie in London ankommt, das ist unser Zielhafen. Und anschließend wird die Ware weitertransportiert nach Liverpool. Was zahlen wir jetzt mit dieser Inko-Türmklausel? Wir fangen also hier in München an. Die Ware muss mit dem LKW erstmal nach München. Da zahle ich Transportkosten, 1200 Euro. Dann muss ich die verladen auf den Zug. Und wir fahren jetzt mit dem Zug bis nach Hamburg. Zahlen natürlich auch Versicherung. Ich kann das hier mal umkreisen. Wir fahren also hier mit dem Zug. Und in Hamburg wird die Ware jetzt verladen. Ich zahle Hafengebühren. Und ich zahle Fracht. Also diese Kosten, damit die Ware mit dem Schiff von Hamburg nach London transportiert wird. Und jetzt sehe ich hier in der Klausel, dass bis dahin ich hier zahlen muss als Verkäufer. Und ab hier, ab London, ich mache das mal gestrichelt, bis nach Liverpool, übernimmt dann der Käufer die Kosten. Und wenn ich das jetzt alles zusammen addiere, also zusammenzähle, mein Warenwert von 100.000 Euro plus die gelb hinterlegten Balken, dann sehe ich, dass ich einen Angebotspreis habe von 116.950 Euro, den ich meinen Kunden in England zur Rechnung stelle. Und jetzt kann ich nochmal reflektieren. Und zwar kann ich mir nochmal die Infografik anschauen. Und ich sehe, die Gefahr geht über im Verschiffungshafen, das hier in Hamburg, da wo das Ausrufezeichen ist, und die Kosten gehen über, in unserem Beispiel, in London. Das ist da, wo dieser vertikale blaue Balken ist. Und was ich auch sehen kann in dieser Grafik, die ich in der Infobox verlinken kann, dass für mich als Verkäufer die Ex-Works-Klausel die beste ist, da zahle ich nur die Kosten in München, und für mich die schlechteste Klausel die Delivery Duty Paid ist, wo ich die Kosten bis nach Liverpool zahlen muss.